Auch in der neuen Wetterwoche müssen wir wieder häufiger mit Regengüssen rechnen, eine Umstellung der Großwetterlage ist aber schon in Sicht. Der Montag bringt im Norden viele Wolken und einzelne Schauer, in der Mitte und im Süden ist es trocken. Am meisten Sonne gibt es südlich von Mosel und Main, dort wird es mit rund 20 Grad auch am wärmsten. Am Dienstag verlagert sich die mildeste Luft in die Osthälfte des Landes und dort bleibt es bis in den Nachmittag hinein trocken. Sonst ziehen von Benelux und Frankreich her kräftige Schauer auf, örtlich sind sogar Blitz und Donner mit von der Partie. Der Mittwoch, gleichzeitig kalendarischer Herbstanfang, wird dann der kühlste Tag der Woche. Meist werden um 15, Richtung Alpen nur noch wenig über 10 Grad gemessen. In den Bergen gibt es eine weiße Überraschung, die Schneevergrenze sinkt örtlich auf rund 1500 Meter Höhe ab. In der zweiten Wochenhälfte übernimmt dann nach und nach ein Hochdruckgebiet die Regie. Anfangs sind zwar noch viele Wolken und einige Tropfen dabei, am letzten Septemberwochenende spielt dann aber auch immer öfters die Sonne mit. Dies könnte der Auftakt für einen richtigen Altweibersommer werden. Im Wetterticker auf wetteronline.de halten wir Sie dazu auf dem Laufenden. Vielen Dank.